Bitte hier unten rechts bei dem runden Ding hier unbedingt schneller drehen, weil ich ja so langsam drehe. Da kann man die Wiedergabegeschwindigkeit vergrößern. So, ja, also es geschieht Ungeheuerliches. Endlich, also wir arbeiten fieberhaft an der neuen Mitte-Links Volkspartei, sozusagen Volkspartei der Mitte. Mit einem Schuss links, sozusagen. Und es kann sein, dass jetzt, ich habe heute den ganzen Tag Vertreter der Gemeinwohlökonomie kontaktiert und mit ihnen telefoniert und konferiert. Weil wir ja der Meinung sind, dass eine wirklich menschenfreundliche Reform der Gesamtgesellschaft nur aus zwei Quellen am Ende kommen wird. Gemeinwohlökonomie und Weltrat der Weisen, beziehungsweise Next Scientist for Future. Ja, und alles andere können Sie vergessen, egal ob es Postwachstumsokonomie heißt oder ob es bürgerliche Revolution eines Dr. Markus Krall heißt. Das können Sie alles vergessen. Oder ob es die Ideen eines Professor Hans-Werner Sinn sind oder so. Also, das können Sie alles vergessen. Auch die Wirtschaftsweisen können Sie vergessen. Alle Konzepte, die da sind, sind doch sehr weit von der Realität entfernt. Und es gibt nur zwei, die in die engere Wahl kommen. Die Gemeinwohlökonomie und die Next Scientist for Future.de. Und da hoffe ich, dass wir dann die dritte Sendung am Wochenende jetzt dann äußerst interessant gestalten können, weil dann sozusagen sich mal diese Modelle gegenseitig kritisieren können mit ihren Konzepten. Gemeinwohlbilanz versus Next Scientist for Future, Wohlfühlstimme und was auch immer. Kann dann alles mal andiskutiert werden. Und dann wird das eine total spannende Sendung. Und jetzt mache ich jetzt aber nur noch kurz hier. Also erst mal ganz kurz hier, nur dass Sie schon mal sehen, wo Sie sind. Sie sind hier bei der Wissenschaftlichen Tagesschau heute. Ja, das war es aber auch schon wieder. Und dann geht es hier jetzt weiter mit den heutigen Kurznachrichten. Denn heute soll alles, ich habe gleich um 18 Uhr einen Termin mit jemandem, einer Landesvorsitzenden von der neuen Partei und habe dann ein persönliches Treffen. Und ja, also, egal was, Kurznachrichten. Hitler hatte pseudowissenschaftliche Irrtümer und aus, ja, und aufgrund, und uns aufgrund dieser pseudowissenschaftlichen Irrtümer. Ich lese es also nochmal vor. Hitler hatte pseudowissenschaftliche Irrtümer im Kopf, die für irgendwelche Berufsstände dann sicherlich vorteilbringende Irrtümer waren, möglicherweise vorteilbringende Irrtümer waren, und aus. Und er hatte uns aufgrund dieser Irrtümer gefoltert. Abgeschlachtet, die Juden abgeschlachtet, uns im Krieg verheizt und so weiter. Die Regierung hat pseudowissenschaftliche vorteilbringende Irrtümer von Drosten, Wieler und Lauterbach im Kopf und foltert uns jetzt gerade. Ja, das ist jetzt, das jetzt greift fast ja nochmal kurz die Situation zusammen. Ja, also, insofern ist es nicht so völlig abwegig, wenn Bodo Schiffmann gewisse Parallelen zwischen Faschismus und der heutigen Situation zieht, weil es da immer irgendwelche Irrtümer sind, aufgrund dessen die Bevölkerung gefoltert wird. Laschet will Kanzlern. Und deswegen macht er jetzt auf Hardliner, weil er gesehen hat, dass er ohne Hardliner zu sein, ohne uns mehr zu quälen, nicht gewählt wird von den Leuten, die das Ganze nicht durchschauen. Die möchten so viel wie möglich Qual. Und dann, da unser Fernsehen ja ein reines Pharma-Medi-TV ist, ja, sie brauchen nur auf die Werbespots zu schauen, die ja unsere Journalisten bezahlen, ja, nämlich die Pharma-Industrie-Werbespots und Medizin-Industrie-Werbespots, die zahlen ja das Gehalt der Journalisten, ja. Es kann ja deswegen auch gar nicht anders sein, als dass eben wir es mit einem reinen Pharma-Medizin-Impfindustrie- und Testindustrie-Fernsehen zu tun haben. Und von dem werden wir natürlich entsprechend mit Irrtümern gefüttert, mit wissenschaftlich nicht haltbaren Irrtümern gefüttert. Ja, dann, die Partei-Lösungen.Jetzt, Loesungen.Jetzt, ja, da glauben wir, dass es sich um ein Irrtum handelt, die ganz da oben über 30 Millionen Euro vermögen könnten, überhaupt nichts. Das seien nur irgendwelche, ja, vielleicht Schmarotzer oder irgendwas, ja. Und das, glaube ich, ist ein zentraler Irrtum, wie wir ihn auch vom Marxismus kennen, ja. Also das heißt, uns wäre jetzt diese Richtung etwas zu marxistisch, denn wir glauben, dass die mit einem Vermögen über drei, denn die Lösung jetzt will ja alles Vermögen, was mehr ist als 30 Millionen, enteignen. Und das können wir nicht unterstützen, ja, weil wir glauben, dass wir damit die fähigsten Leute des Landes außer Landes treiben. Ja, so, zum Beispiel sagt er auch dann an irgendeiner Stelle, ja, der wird geschrieben, ja, wenn die besten Fußballer, weil die ja auch mehr als 30 Millionen Euro Vermögen haben, aus Deutschland abwandern, dann sei das sogar eher ein Vorteil, weil dann die gute, positive Erfahrungen im Ausland machen würden, in den Spitzenklubs und dann bei der WM wäre die Mannschaft umso stärker, ja. Ja, also insofern wäre das kein Problem, ja. Aber jetzt ist das Schlimme, dass er das, was bei den Fußballern ja vielleicht noch stimmen mag, überträgt auf die besten Unternehmer, nämlich so nach dem Motto auch, das macht nichts, wenn die ins Ausland gehen, ja. Wenn die ihre Arbeitsplätze mitnehmen, wenn die Unternehmer und Arbeitgeber ihre Wande abwandern und die Arbeitsplätze mitnehmen, das sei auch kein Problem, weil ja die zweite und dritte Garde sowieso besser sei als die erste Garde. Und das können wir nicht teilen. Also wir vermuten, dass die erste Garde viel besser ist als die zweite und dritte. Und ja, und dann spricht diese Bewegung, Lösungen jetzt auch so Dinge an, wie die dritte Welt retten mit dem enteigneten Vermögen. Das heißt, letztendlich wird das enteignete Vermögen unserer Reichen und unserer Arbeitgeber und arbeitsplatzgeschäftenden Großinvestoren sozusagen wird quasi dann der dritten Welt zugeschoben, weil wir ja schon so reich seien, dass wir das Geld ja nicht mehr bräuchten. Das halte ich für einen falschen Ansatz. Alles andere ist also wichtig als die deutschen Wähler und das können wir nicht teilen. Für uns sind die deutschen Wähler das Allerwichtigste und nur deren Wohlergehen liegt uns am Herzen. Und die dritte Welt interessiert uns erst drittrangig. Zweite und dritte Reihe sei besser als die erste. Das begegnet mir immer wieder bei den Lösungen. Punkt jetzt. Letztendlich sind das vorteilbringende Irrtümer der Sozialsparten, die sowieso der Meinung sind, dass wenn eine Hauptschulabbrecherin 50 Kinder bekommt, dass das alles Genies seien und wir deswegen die kompetenten Leute der Gesellschaft gerne ins Ausland abwandern lassen können mit ihren Milliarden. Vor allem das Entscheidende ist, was will ich noch umverteilen? Was will ich denn enteignen, wenn die alle schon vorher weg sind? Denn wir können ja, die Reform wird immer erst nach der Bekanntgabe der Reformen stattfinden. Und dann haben die Reichen alle Zeit der Welt ihre Unternehmen und ihre Maschinen hier abzubauen und ihre Zelte hier abzubrechen und im Ausland ihre Zelte wieder aufzuschlagen. Und dann können wir, gibt es nichts mehr, was wir über 30 Millionen enteignen können, weil alle, die mehr Vermögen haben als 30 Millionen, ja schon weg sind. Also da ist ein Denkfehler meines Erachtens drin. Ja, für die Weltspitze mit ihren 150 Milliarden Größenordnung sind sowieso 30 Milliarden sowieso nur ein Witz, also Peanuts sozusagen. Also alle richtig Reichen sind sowieso im Milliardenbereich und die wandern dann sowieso ab. Die wandern vorher ab und das bedeutet kein Geld für irgendwelche Enteignungen. Also da ist dann nichts mehr da, was zu enteignen wäre. Lösungen weiß noch nichts von den vorteilbringenden Irrtümen. Das ist übrigens der größte Schwachpunkt bei Lösungen. Punkt jetzt, ja, dass die gar nicht verstehen, was es bedeutet, vorteilbringende Irrtümer aussterben zu lassen durch positive Anreize. Und die wissen gar nicht, was vorteilbringende Irrtümer ist. Das konnten wir auch in stundenlangen Telefongesprächen, zum Beispiel dem Herrn Gastmann, nicht beibringen. Das war nicht möglich, ihm das nahe zu bringen. Da fehlt ihm der naturwissenschaftliche Hintergrund dazu. Also das heißt, die Lebensqualität bei dieser Gruppierung wäre so schlecht und so katastrophal, da möchte ich nicht drin leben. So, das war es doch schon wieder mit unserer wissenschaftlichen Tagesschau heute. Sie merken, ich bin so beschäftigt mit der neuen Volkspartei der Zukunft, dass ich für Sie, liebe Zuschauer, nicht mehr ganz so viel Zeit habe. Tschüssi, bis bald!